Hallo Leute, Marc hier von MagMath Studios, ich grüße euch ganz herzlich zu einem neuen Review. Heute teste ich einen RC-Car und zwar den Carrera Profi RC Red Bull NX2, das ist ein Fahrzeug im Maßstab 1 zu 18 bis zu 50 kmh schnell. Alle Links und Infos dazu findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Ja und vor einiger Zeit durfte ich bereits ein Fahrzeug im Maßstab 1 zu 18 von Carrera Profi RC testen und zwar den Red Fiber, der war ebenfalls sehr cool. Den Test dazu findet ihr auf meinem Kanal und der Red Bull NX2 ist eben die neueste Version mit diesem Chassis. Die hat eine sehr gute Hobby-Crate-Ausstattung, sprich Öldruckstoßdämpfer, ist spritzweiser geschützt und wie gesagt bis zu 50 kmh schnell. Dazu ist er noch komplett proportional gesteuert, das bedeutet man kann Lenkung und Gas stufenlos regeln und einstellen. Und Carrera nimmt den Ready-to-Run-Gedanken sehr ernst und legt auch die Batterien für die Fernbedienung bei, das ist schon mal sehr cool. Und jetzt würde ich sagen packen wir das Ganze einfach mal weiter aus. Als erstes haben wir hier den Fahrakku, der hat 7,4 Volt und 1100 mAh. Damit habt ihr ungefähr eine Fahrzeit von ungefähr 15 Minuten, was relativ lange ist. Der Akku lässt sich auch ziemlich schnell laden, in knapp 70 Minuten ist er nämlich voll. Hier haben wir die beiden Batterien für die Fernbedienung, mehr braucht man auch nicht, AA-Megnon-Größe. Und das hier ist ein Radkreuz, um die Räder an- und festzuschrauben, falls sie mal locker sind. Und natürlich auch das passende Ladegerät, da kommen wir gleich noch zu. Der NX2 ist in dieser Kiste noch gut festgezurrt, das werde ich jetzt alles gleich noch losschneiden, um das Ganze hier abzubekommen. Also gut verpackt ist er auf jeden Fall schon mal. Und da hätten wir als erstes die Pistolengriff-Fernsteuerung. Die ist relativ gut gemacht, ähnlich wie beim Carrera Red Fiber. Der hatte leider nicht ganz so hohe Reichweite mit dieser Fernbedienung, das wurde mittlerweile geändert. Die Reichweite hier ist um einiges höher. Der NX2 sieht auf jeden Fall schon mal sehr cool aus. Das hier ist noch der Fahrakku. Wie gesagt, ihr habt hiermit ungefähr 15 Minuten Fahrzeit und auch die Ladezeit mit knapp 70 Minuten ist relativ schnell. Also das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Das Ganze muss natürlich noch aufgeladen werden vor der ersten Probefahrt und das mache ich jetzt auch. Einfach anstecken. Am Ladegerät selbst ist ein LED. Das leuchtet rot, wenn der Akku geladen wird. Und wenn der Akku voll ist, leuchtet es grün. Und es gibt auch passende Ersatzakkus auf der Carrera RC Homepage. Das Ganze habe ich auch in der Videobeschreibung verlinkt, falls ihr euch einen passenden Ersatzakku bestellen wollt. Das Fahrzeug selbst kostet zum Zeitpunkt des Videos knapp 120 Euro und die passenden Ersatzakkus kosten ungefähr 16 Euro. Das ist alles noch im Rahmen, denn der NX2 kommt mit einer Hobby-Crate-Ausstattung, ist also richtig gut aufgebaut. Und er richtet sich mit seiner Geschwindigkeit auch nicht an die ganz Kleinen, sondern ist von Carrera ab 14 Jahren empfohlen. Und hier haben wir auch schon den ganzen Packungsinhalt. Das hier ist die Anleitung, die ist multilingual und erklärt alles nochmal ganz genau. Dann haben wir die Batterien für die Fernbedienung und natürlich den NX2 selbst. Der hat eine Kunststoff-Karosserie, sieht also schon mal sehr cool aus. Öl-Druck-Stoßdämpfer, ein richtiger Längs-Servo ist verbaut, da schauen wir gleich noch rein. Dann haben wir Niedeck-Ferschnittsreifen, Front-Bumper und Heck-Bumper. Also vom Design her ist das richtig cool, ein bisschen futuristisch, gefällt mir also richtig gut. Die Stoßdämpfer-Abstimmung und die Bodenfreiheit lässt vermuten, dass der NX2 eher für leichtes Gelände und für die Glattbahn geeignet ist. Aber das werden wir alles noch austesten am Ende des Videos. Mit den Rennern im Maßstab 1 zu 18 habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich habe auch schon einige Fahrzeuge in diesem Maßstab auf meinem Kanal getestet und daher reiht sich hier wunderbar ein. Hier nochmal die Unterseite. Hier sieht man, die Schrauben sind flach eingesetzt, dass hier nichts hängen bleibt. Dann haben wir hier die Querlenker. Also von der Verarbeitung stimmt das auf jeden Fall schon mal. Im Gegensatz zum Red Fiber ist die Karosserie hier aus echtem Kunststoff und nicht nur aus Polycarbonat. Und um die Karosserie abzunehmen, zieht man hier diese Splinte raus, zwei Stück und dann kommt man hier ans Innenleben. Hier kann man dann auch den Fahrakku einlegen und man sieht auch hier sehr schön, wie aufgeräumt das Chassis ist. Alles ist an seinem Platz gut aufgeräumt, gut verarbeitet. Der Fahrakku wird hier vorne in diesem kleinen Cage verstaut. Der ist also geschützt nach außen. Dann sieht man hier vorne an der Reglereinheit den On-Off-Schalter. Genauso ist hier ein hochstromfähiger Stecker verbaut. Das ist ebenfalls eine coole Sache. Hier an der Seite sieht man nochmal den Batterie-Cage. Da muss man auch diesen Splint rausziehen. Dann kann man hier den Akku einlegen. Finde ich schon mal eine sehr gute Idee, dass der geschützt ist. Das hier ist der On-Off-Schalter. Und dann gehen wir auf die andere Seite. Der NX2 hat Allradantrieb. Das Ganze wird via Gestänge von hinten nach vorne übertragen. Genauso Einzelradaufhängung und Differenzialgetriebe. Und dazu ist er auch noch teilweise Kugel gelagert. Also wirklich von der Ausstattung richtig cool. Hier vorne der Lenkservo. Alle Teile lassen sich austauschen. Es gibt auch die ganzen Ersatzteile für dieses Fahrzeug bei Carrera nachzubestellen. Der Aufbau ist also komplett modular. Das finde ich immer sehr gut, wenn man da die Teile selbst austauschen kann. Ich habe es jetzt noch nicht kaputt bekommen an meinen 1 zu 18 Fahrzeugen. Wenn man da ein bisschen aufpasst, hat man da sehr lange dran. Kommen wir zur Fernbedienung. Die ist auf jeden Fall sehr cool vom Design her. Die lag ähnlich in dieser Form beim Carrera Red Fiber bei. Da war die Reichweite leider nicht ganz so hoch. Nur ungefähr 20 bis 25 Meter. Das wurde hier auf jeden Fall verändert. Hier ist die Reichweite mit 50 Metern auf jeden Fall viel höher. Hier werde ich jetzt noch die beiliegenden Batterien einlegen. Dazu muss man hier an der Rückseite der Fernbedienung an diesem Hebel ziehen. Dann kommt das Batteriefach ähnlich einem Pistolenmagazin hier unten heraus. Dann die Batterien einlegen und das Ganze wieder wie ein Pistolenmagazin reindrücken. Das Ganze rastet dann auch schön ein. Die Fernbedienung liegt auf jeden Fall sehr gut in der Hand und lässt sich auch mit großen Händen wunderbar bedienen. Das Lenkrad hier vorne ist ummantelt mit Moosgummi. Und wie bereits gesagt ist die Reichweite mit 50, 60 Metern ganz ordentlich. Auf jeden Fall für diese Größe von Fernbedienung. Hier wird das Ganze noch eingeschaltet. Hat also auch schon gleich Funktion. Einen Pluspunkt gibt es auf jeden Fall dafür, dass die Batterien für die Fernbedienung schon beilagen. Und man sieht hier sehr schön, wie gut das in der Hand liegt. Also da kommt man auf jeden Fall wunderbar mit klar. Und soweit ist alles vorgestellt. Und jetzt wird es auch endlich Zeit für die erste Probefahrt mit dem Red Bull NX2 von Carrera Profi. Um das Fahrzeug am Ein- und Ausschalter einzuschalten, müsst ihr leider immer die Karosserie abnehmen. Da kommt man nicht von außen ran. Glücklicherweise geht das hier beim Red Bull ziemlich schnell. Einfach die beiden Splinte raus. Ich habe auch noch den Akku nicht verbunden mit dem Fahrzeug. Das werde ich jetzt ebenfalls noch machen. Hier sieht man auch, wie die Karosserie innen aufgebaut ist. Ist also komplett aus Kunststoff. Dann werde ich hier jetzt noch den Akku anstecken. Und natürlich hier am Ein- und Ausschalter einschalten, um das Ganze fahrbereit zu machen. Und dann natürlich die Karosserie wieder draufsetzen. Die beiden Splinte rein. Und dann kann es endlich losgehen mit dem NX2 mit der ersten Probefahrt. Längservo und Gas sind wie gesagt digital proportional gesteuert. Das heißt, drückt ihr am Gas nur ein bisschen. Da fällt er auch ziemlich langsam. Wenn ihr volldrückt, gibt ihr Vollgas. Das lässt sich also stufenlos regeln. Ich fahre jetzt einfach mal los. Meine erste Ausfahrt fand hier auf dem Hockeyfeld statt. Hier kann man mal richtig Gas geben und das Fahrzeug ausfahren. Und ihr seht, wie schnell der ist. Der gibt richtig Gas. Zieht also wunderbar davon. Also die 50 kmh erreicht er locker. Dabei bleibt er wunderbar in der Spur. Also von der Kontrolle her ist das wunderbar. Ähnlich wie beim Red Fiber. Das kenne ich also so in dieser Art schon. Ist also richtig gut abgestimmt vom Fahren her. Der NX2 hat einen enormen Anzug. Auch dank der Kugellage und dem Rennmotor. Genauso hat man hier durch den Allradantrieb jederzeit gute Kontrolle. Auch in der Kurve. Auch leichtes Gelände. Dafür ist er wunderbar gemacht. Die Bodenfreiheit ist zwar nicht ganz so hoch. Aber dafür schlägt er sich ziemlich wacker. Auch wenn da mal ein bisschen unebenes Gelände vorhanden ist. Es ist mittlerweile echt überraschend, wie schnell diese kleinen RC-Cars sind. Die 50 kmh erreicht er locker. Hier kann man den wunderbar ausfahren und kann den auch richtig wegziehen lassen. Und obwohl das Chassis fast genauso aussieht wie beim Carrera Red Fiber, ist er hier sogar noch einen kleinen Ticken schneller und sogar noch etwas besser abgestimmt. Genauso macht er hier im leichten Gelände eine richtig gute Figur. So eine gemähte Wiese macht ihm also gar nichts aus. Da zieht er einfach drüber. Und obwohl die Bodenfreiheit echt nicht ganz so hoch ist, performt er erstaunlich gut hier im Gelände. Geht einfach drüber, als wenn das gar nichts wäre. Bei den Geländefahrten wird er auch nicht viel langsamer und lässt sich dabei auch noch wunderbar kontrollieren. Wie eigentlich alle Fahrzeuge im Maßstab 1 zu 18, die so eher in den Hobbybereich gehen, ist auch der hier super stabil aufgebaut. Der Federweg der Stoßdämpfer ist leider nicht ganz so hoch, aber trotzdem machen dem hier solche Sprünge gar nichts aus. Die Verarbeitung ist auf jeden Fall wunderbar stabil. Und ihr seht hier auch die Geländefahrten. Der kommt schon überall drüber. Der NX2 ist auf jeden Fall ein wunderbares RC-Fahrzeug für alle, die vom Spielzeugbereich mehr in den Hobbybereich gehen wollen. Die Ausstattung ist auf jeden Fall Hobbycrate mit Öldruckstoßdämpfern, mit der langen Fahrzeit von knapp 15 Minuten, Allradantrieb, Differenzialgetriebe, Kugellagern. Dazu kann das Ganze noch relativ schnell geladen werden in 60, 70 Minuten. Und selbst wenn das Wetter mal nicht so gut ist, kann man mit dem hier draußen fahren gehen, denn er ist spritzwassergeschützt. Zumindest könnt ihr damit auf nassen Untergründen fahren. Ganz untertauchen würde ich den auf keinen Fall. Das Fahrverhalten ist ebenfalls geil, da kann man gar nichts sagen. Man kann den trotz der hohen Geschwindigkeit jederzeit gut kontrollieren. Der NX2 hat auch eine erstaunlich gute Bodenhaftung. Diesen Test hier mache ich öfters mit der C-Cars und da ist er auch einer der einzigen, der direkt aus dem Stand hochfahren kann. Und hier teste ich die Power im Tube-Test aus dem Stand einfach außen rumfahren und auch den besteht ja mit Bravour. Also da ist ordentlich Power vorhanden. Dazu kommt eine lange Fahrzeit. Also auf jeden Fall von mir eine Empfehlung für den NX2 von Carrera. In der Videobeschreibung findet ihr auf jeden Fall den Link zu Carrera RC. Dort könnt ihr euch zum Beispiel auch die Anleitung für dieses Fahrzeug herunterladen vorab, um euch das mal durchzulesen. Genauso gibt es dort auch Ersatzakkus für den kleinen Renner hier. Ich werde jetzt auf jeden Fall hier noch ein paar Runden drehen und komme leider schon zum Ende des Videos. Wenn ihr Fragen habt zum Carrera NX2, dann schreibt die in die Kommentare. Ich antworte euch sehr gerne. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt. Bis zum nächsten Mal. Euer Marc von MacMap Studios. Ciao. Ciao.